so herzlich willkommen beim minecraft story mode wir sind immer noch in der season 1 und sind jetzt bei episode 7 zugang verweigert ich bin ganz gespannt season 1 neigt sich dem ende das ist jetzt schon der adventure mode also drei zusätzliche also die zweite von drei zusätzlichen missionen die man halt per dlc dazukaufen konnte die zweite season habe ich auch schon am start folgt dann natürlich gleich wenn wir auch die achte episode gespielt haben ich bin ganz gespannt wie es jetzt weitergeht hier mit unseren helden wie immer muss ich davor sagen ist es bestimmt ein bisschen schwierig so was zu kommentieren weil man hat sehr sehr viel dialog hat und sich sehr schnell entscheiden muss aber es macht mir voll spaß und wenn es euch auch spaß macht dann seid dabei wie es geht jetzt los episode 7 startet zugang verweigert derweil trinke ich noch mal was das glöhm ist 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 der work of a very old group of builders a group so old that they existed even before the order of the stone so Woa Minecraft Star Mode Sannet Oh shit, man schafft Welt Ah ok Ok, zumindest nehmen wir das noch alles mit Humor Woa Wie geil das auch mal gemacht ist mit diesem Intro von so einer Folge Ok Oh, da brennt noch ein Hintern Danke Danke Ich kann das noch drauf geben Und das sind die Ja, ich weiß es ist Aber wir sind die 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 Wie Gibt es Die 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 Äh, manche sehen tatsächlich gefährlich aus. Okay, this one's redstone redstone means smart people. Hopefully smart enough to help us find the way home the theory east Fire world seems a bit flimsy and what if there's no smart people huh? You think about that? Yeah, we could just find ourselves at another another psycho pumpkin man. no I'm willing to take that shot Was ist mit Petra los? Entschuldigen ist immer gut. Zugang verweigert, okay, wird auf jeden Fall keine gute Entscheidung sein, weil das ist jetzt der Anfang der Folge. Kampfansage, ist klar. Das sieht überhaupt nicht Redstone aus. Was ist? So much for that Redstone hunch. I don't see any. But there's got to be some somewhere. Yeah, I feel like every world's gotta have Redstone. Hang on, let me see here. Hey Lucas, I've been meaning to ask you what's that? Oh, it's just a, you know, a book I picked up back at the white pumpkin's place. It's all about different biomes and stuff. Great idea, Lucas. How, uh, how you doing, Petra? So much for my hunch with the Redstone portal, huh? So much for my hunch with the Redstone portal, huh? No advanced civilization anywhere. I just really thought that Redstone meant something. Keep an eye out for the exit portal. I don't want to get stuck here if the worst happens. Ah, you mean pumpkin face killers, surprise fire worlds, monsters? Yeah, any of that stuff. Who knows what this world has in store for us? Hm, would you look at that? Sand. And... It looks like some sort of road. Going to write about it in your little journal? Can either of you see where it goes? Looks like this canyon where in is blocked at the end, so... It's gotta lead somewhere. We're not gonna find out where it goes, just standing around on it. Jesse's right. Come on! Na, da bin ich ja auch gespannt, was hast du da jetzt erwartet? Sand, Clay... ...and more Sand. Hey, what was that? Ah, there are people here! Petra, wait! Petra? Shh, get down! What is it? Look! Whoa! Redstone Zombies? Was ist da an seinem Kopf? In the world, is that on the back of its head? I don't know anything more than you do, pal. Is this what you mean? Zombies and monsters come out in the daytime? Wouldn't be crazy more than anything else we've seen? We should get a closer look and see what we can find out. Works for me. Oh, Alter. Ich muss auch mal im Rücken knacken. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Der kann nicht sterben? Und das kommt dazu. Und das kommt dazu. Oh, okay. Oh, okay. Yeah, that... That doesn't seem right. Whoa. Oh, that was not the plan. I should hope not. It was just one zombie. What was the problem? No, uh. That thing was like super zombie. Stronger, tougher, tougher, and more. Faster. I hope there's not something wrong with me. Because... That would be really, really... Mmh... Definitely seems weird. Maybe this world's zombies are super buff? Seems possible. We had that much trouble with one. I can't even figure out how we'd fight a whole horde of them. Okay. Warum musste sie so sagen? Well, that seems about right. I don't know about you guys, but I'd really like to figure out a better way to handle these super zombies. wir fallen einfach erst mal random seltsames objekt oh oh verschwinden wir hier we're doing exactly but is definitely time to get out of me oh believe me just like that they're going back the way we came from this might sound crazy but i feel like they're trying to lead us somewhere you're Lasst uns ja aus wenn wir hinter all dem stecken. Das so eine gute Idee ist. Ob das so eine gute Idee ist. What the fuck sind wir hier auf Tatooine oder sind wir hier? Hmm. Ich habe keine Leute gesehen. Ich denke, das ist die Zivilisation der Verteidigung, die wir suchen. Das ist ein bisschen was Petra sagte. Hey, ich habe gesagt, dass es Redstone wäre. Schön. Es spricht von Redstone. Ich möchte diese Dinge auf der Rückseite des Zombies herausfinden. Oh, ja. Ich will sie auch sehen. Warte, was machst du, Eivor? Was sieht es aus? Ich werde das Redstone aus dem Zombies-Head verbrechen. Für Wissenschaft. Sie schlafen oder was? Es wird leicht. Äh, nicht wahr? Das sieht ein bisschen gefährlich. Mehr gefährlich für diesen Zombies als für mich. Ich denke... Ich denke mal, wenn er das rauszieht, wird das wieder ein normales Zombie, oder? Gucken wir auf die Augen. Einwohnerzahl. Es steht auf dem Schild. Ja, ja. Ich meine, es gibt noch viel über diesen Ort, das wir nicht wissen. Ah, Mesa-Bium. Genau, Mesa-Bium war das. Okay, wir müssen uns also wieder umgucken. Oh, das sind irgendwelche Rubber-Chicken, oder was? Auch Rubber-Chicken, okay. Da ist Stadtbewohner. Hallo. 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 Meine Freunde und ich können nur benutzen... was, was wir? Was würde... was würde weinen? Wie hat er denn gesagt? Wie ist das? Was hat er denn? Was hat er gesagt? Was hat er? Was hat er... Das wäre doch jetzt bestimmt so ein Mensch sein, oder? Okay, das ist auf jeden Fall ein Mensch. Uh, hi? Ah! Das, du? Pama? Was? Okay, dann. Okay. Wer hat dich? Ich habe nicht so lange über die Zeit gekauft, um zu einem Schraub. Hey, niemand hat mich gelegt, okay? Du wirklich erwartet, mich zu glauben, das? Was für ein Mensch, du denkst, ich bin? Honest, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich bin... Du sagst die Wahrheit, nicht wahr? Okay. Okay, eyes. Not red. Not red? But, but that must mean... But how? And there are more of you? This should be... It's impossible. Out with it. Who are you people? What's going on here? I'm sensing some hostility. Oh, what was your first clue? I know it might sound crazy, but we came here through a portal. A portal? A portal portal? Really? Okay, 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 okay. I've been alone for a while, so this is a lot to take in right now. The people, the citizens of Crown Mesa? You've met them, right? Maybe there were some outside. Hm, ich weiß nicht, ob das laute sind. Äh, Leute sind. I'm not sure I call him people anymore, though. No, no, no. Please don't talk that way. I'm sure it looks confusing to someone from the outside, but please. They're my friends. And they are people. Please don't forget that. They're good people. I promise. Oh, 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 no, no, no. I've wasted too much time. Jesse, don't look now, but we've got company. Is this what you were scared of? There are only four of them and five of them. Let's go. Well, they're definitely not going. Eigentlich wollen wir ja gar keinen Ärger. Ach, du Scheiße. Jesse? What do we do here? They don't look happy. They don't look anything. It's even freakier. Just act like they do. Blend it. Try to look vacant. Okay, das hat ja gut geklappt. Wer ist denn Parma? Nö, ganz sicher nicht. Oh, Fight! Boah! Ihr werdet nützlich gemacht, okay? Das wird wohl Parma sein. Oh, ich glaube es ist ein ... Uh ... ... in einem massiv, enormes Intimidativ. Friendlich oder nicht, ich denke, wir sind zu finden. Meine Entschuldigung für die violent nature of this visit. Ich bin Parma. Grüß. Wir haben viel Arbeit vor uns, aber vielleicht kann es sogar nicht sein. Was willst du mit mir und meinen Freunden? Ich bin, was du nennen, ein Computer, ein Thinking Machine. Designed to make things useful. I am going to help you be useful. Using Redstone Chips. I have connected to the people of this town. Has helped them be useful. Coordinated. I have made their world perfect. Thanks to me. There is no wasted activity. No wasted time. Was ist mit all den Leuten passiert? Harper? Wer ist denn Harper? Questions. To expand my database. How did you get here? I am very excited for the acquisition of new knowledge. We walked here. Walked. Elaborate. Harper. It's, uh, when you use your beak to take you someplace. You are attempting to be cute. Attempt. Fail. So far your performance in question answering has been inadequate. This makes me sad. Now I must use alternative methods to retrieve my new information. Jesse! Petra! Ouch! I am looking forward to hearing this new information. Please do not lie. This world reached peak efficiency quite some time ago. Unfortunately, this meant that I had no more job to do. No more things. Oh, shit. I would say that we came to the portal. Tell me. What is your world? Oh, man. What is your world? You heard my world. It is so much greener. Is it very much like this one? Or completely different? It's a heck of a lot greener than this place. Just imagine grass and trees instead of sand and clay. That sounds lovely. It really does. Oh, shit. I would like to see this world for myself. If I could send my townspeople, my friends, through to other worlds, we could give you to grow and expand. It would be lovely. However you entered this world, there must also be an exit. Where is it? You could help me make everyone, everywhere, more efficient. Help them become useful. Mama, I can't tell you because I don't know. Honest. After all, if we knew where it was, do you really think we'd still be here? Your logic is sound. And your tone is genuine. But the information is... not useful. My job is to be useful. I have completed my job here and must be allowed to expand and continue to be useful. Unfortunately, our conversation has not been helpful. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was passiert jetzt? Oh, nein. Die kriegt so ein Ding darein wahrscheinlich, oder? oh scheiße oh man oh man Das ist meine Formen. Geben wir Palma ein Rätsel auf. Es ist etwas seltsam, nicht seltsam. Okay, ich kann schon nicht erfolgen. Ich kann schon nicht erfolgen. Error ist die Macht. Ja, ha, ha, es funktioniert. Schnell folgen wir, okay die hat also ein paar mal erschaffen, alles klar oh shit quick time event whoa quick time event oh god oh god oh man oh god oh man oh shit weg ist klar kreuz komm nimm dich und bestimmt wieder ausweichen ja komm bau dich runter chronigen der ewigen quelle ok das war wohl das falsche item ok was haben wir denn noch im angebot weißen kürbis enderpaaren werfen ja weißen kürbis ist auch falsch ok also enderpaaren werfen ok ok das war besser ok 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 okay ok ok Blöd, dass sie uns nicht sehen. Okay, wir sollen also nach dem großen Unterschied suchen. Okay, das sieht sehr unterschiedlich aus. Hä? Es ist einfach ein bisschen... Oh! 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 Monstern sind gekommen, Jesse. Viele, viele Monstern! Oh! 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 Oh, nein! Ich habe zu lange gebraucht. Oh, okay. Alter! So oft bin ich auch in die gestorben. Kann man auch nicht überspringen? Also ist doch der Kaktus, oder was? Oder ist es? Sieht nur ein bisschen... ...off. Okay, der Kaktus. Öffne die Falltür. Zieh den Hebel. Und jetzt? Aha. Lass mich daran, ich muss... Im Fliegen muss ich mich da hindenken. Wetten? Doch nicht. Boah. 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 Hoffentlich springen... ...sollten nicht hierbleiben. Hoffentlich springen dann Petra und Lukas nicht hinterher. Oh, ich muss mich über den Kaktus. Oh, ich muss mich auf den Kaktus. Oh. Oh, ich muss mich auf den Kaktus. Und so sieht es einfach aus. Entschuldig dich. Oh! Sie sehen, dass etwas passiert. Es sind die Augen. Sie sind die Farbe. Als erstes wir die Wasser. Keine Ahnung. Was passiert mit dem ZOMBIE? Es kann noch immer gefährlich sein. Die Wasser hat die Verbindung oder so. Wie die Farbe weg. Das bedeutet, dass die Handlung der Palme kann sein, nach allem. aber wo finden wir denn jetzt in der wüste wasser nur hier blauer hebel und ziehen vertrauens test immerhin wissen wir über das wasser bescheid dann können wir am ende wahrscheinlich gar nicht sehen wie andere sich entschieden haben das wäre doof als ich in minecraft immer tunnel gegraben habe ich auf jeden fall nicht so hoch und so breit gemacht sie können nicht reinkommen hm hm Äh, du weißt davon? Hilf meinen Freunden. Äh, du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Du weißt, du weißt. Du weißt, Palma will dich kriegen. Oh, wir lassen unsere Freunde nicht zurück. Du weißt. Du weißt, du weißt. Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Bevor wir in den Weg gehen, müssen wir meine Systeme durchführen. Wir brauchen keine Schrauben, die uns durchführen. Wir brauchen keine Schrauben, die uns durchführen. Du hast mir eine Schrauben? Ron hat es. Ron? Ron? Hallo, Freund, Harper. Ich bin froh, dass ich dich sehen, mein Freund. Harper? Hey, don't you judge me. Being alone gets lonely. Dann gib Majan einmal auf WhatsApp. Happy to help, Freund. Thanks. See? I needed a way to confuse Palma in case it ever found a way down here. That's why all this is way more complicated than it needs to be. Wow. What a builder. Make sure you don't drool on my floor now. So you know about Palmas weakness to water then? Yeah, I do. I'll admit you figured it out way faster than I did though. Once Palma caught on to its weakness to water, it started eliminating as much of this world's water as it could find. This water down here? It might be all that's left. Oh no. I still need to activate the other cauldrons. Hold them off to buy me more time. And whatever you do, don't get caught. I'm not about to get left alone again. Oh oh. You could have made this much easier for yourself. Komm, die geht doch nur ins Wasser. Äh, reiß dich davon los, Petra. You only delay the inevitable. Come on, Petra, snap out of it. It's me. There is no Petra. Only Palma. Don't do this, Petra, please. We know all your rules now, Jessie. Why even mother fighting? Petra, please. Oh, scheiße. Man, mach sie doch einfach ins Wasser rein. Stoß hier rein. Slow mo. Wen nehmen wir? Entschippen. Was jetzt? And don't forget the last cauldron. And one more thing. Get the roses to Harry. Harry? Come on. What are we going to do? Harper told me to remember the last cauldron. Well, they're doing quick. Wo ist der letzte cauldron? Da ist der letzte cauldron. Jetzt machen wir die letzte cauldron. Wo sie nehmen, wo sie nehmen. Ja, gut. Okay, das ist natürlich nicht gut, dass die Erbauerin jetzt weg ist. Dann wird die jetzt aber auch nützlich gemacht. Harper und Petra. Nein. Ich... Das ist verrückt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt hilft. Aber ich erinnere mich etwas, als ich... Teil von Palma, das ich glaube, war wichtig. Er war tall, gläubige, rote Licht. Es ist wie ein faszierer Traum. Und ich kann versuchen, mich mehr zu erinnern, wenn du willst, aber es macht meinen Kopf noch schlimmer. Es war wirklich so wierd. 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 Es war einfach so wierd. Es war wirklich so wierd. Es war wirklich so wierd. Danke, Jesse. Okay, wir sind vielleicht unten, aber wir sind nicht raus. Harper hat uns gesagt, um unsere Kopfschmerzen zu finden. Wir müssen nur finden, was auch immer es ist, bevor Palma schippt Harper und beginnt, ihre Meinung zu downloaden. Warum ist dieser Harper so wichtig? Sie hat Palma erschaffen. Harper war eigentlich derjenige, der Palma gebaut hat. Sie ist derjenige, der uns ermöglicht, die uns zu zerstören, bevor es komplett übernimmt. Das ist eine ziemlich gute Grund, jemanden zu retten. Wir werden mit ihr arbeiten, um Palma zu retten, um sie Menschen zu retten. Und das wird hoffentlich auch Petra helfen. Woa! Before sie wurde abdukt, Harper mir diese. Sie hat mir gesagt, dass sie jemandem nennen, Harry. Und... ... das würde finden diese Headset? Das ist... ... was sie sagte. Jesse, bist du sicher, dass Harper noch in ihrer richtigen Meinung ist? Wenn jemand alleine ist, für die Zeit. Ihr Gehirn ändert, und nicht für die bessere. Harper ist nicht verrückt, sie ist... ... einfach... ... excentrische. Die meisten geniöse sind. Wahrhaft. Sehr wahr. Wir lassen sie eine Pause. Okay? Ich denke, wir müssen sie nicht beurteilen, based auf, wie weird diese Dinge in ihrem Ort ist. Besonders, wenn wir ihre Hilfe brauchen, um alle, die von Palma zu retten wurden. Definitiv. Jetzt müssen wir uns fokussieren, auf das Headset zu finden. Als erstes, schauen wir uns, ob wir wissen, wer Harry ist, und warum er Blätter will. Gemälde... Der hier ist es bestimmt, oder? Ein bisschen weirrt. Hier geht's, Harry. Nice. Sieht aus, ich bin auf dem richtigen Weg. Und jetzt? Aha. Kann ich die Blumen unten nochmal nehmen? Was ist denn das hier? Verwenden. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Hey, Harper. It is wonderful to see you. You've always been, like a bright beacon, a torch, of hope, to this world's citizens. Greater than all the world's redstone. You made all our lives better. This frame's empty. Okay. Ich dachte doch mal das Gleiche. Hey, Harper. It is wonderful to see you. You've always been, like a bright beacon, a torch, of hope, to this world's citizens. Greater than all the world's redstone. You made all our lives better. Ah, Beacon, okay. Das heißt, ich muss jetzt ein Beacon bauen, wahrscheinlich. Hatte der hier nicht irgendwie so ein Nether-Ding in der Hand? Wir reden mit Lucas. Hey, Lucas. Oh. Hey, Jessie. Hey, thanks for saving me back there. I just wanted to ask you, I know how close you and Petra are. Why save me over her? Even if you and Petra weren't such good friends, she's more useful to the team than I am. Honestly, I didn't really have time to think. I just acted. So, if you'd had time to think about it, you were to save Petra instead of... Still gonna save Petra. Don't you worry about that. Oh man, ey. Ah, okay. Sind hier Sachen für ein Beacon drin? These might come in handy. Awesome. So, gibt's noch irgendwas anderes? Begrüße. Hello, Harper. It's Margaret. So good to see you. Hope you've been well. You've got to melt that ice around your heart and forgive yourself. You're not the one to blame. Oh, okay. We're having the right item in the frame activates the circuit. Neat. Okay. Was hat er denn hier, Eivor? So what do you think of Harper's lab? I'm highly impressed. Although that painting does make me sad. Look how happy they used to look together. Hm. Okay. Was kann ich denn jetzt mal bauen? Was uns jetzt hier weiterhilft. Hier kann ich auf jeden Fall nix nehmen. Also ich muss was bauen. Redstone Fackel oder was? Kritiker oder was ist das? EineONE Redstone Torch. Und hopefully gerne ein Stück näher hin zu das litige. Okay. Wenn ich da jetzt das Ding ins Reinsetze, ansehen, Redstone Fackel platzieren. Ah, sieht aus wie die VR Brille von der Playstation. Ah, er ist ein Zombie. Ich glaube, ich bin ein Zombie. Ich glaube, ich bin ein Zombie, aber ich bin ein Zombie. Oh, du bist zu schwer auf dich. Ich kontrolliere ein Zombie, wie von der inside. Es ist eine Art von Mobb oder etwas. Was ein Preposterous Name. Ich liebe es. Wow, ich wünsche euch, wie cool das ist. So cool. Remarkable. Wie ist das möglich? Ich meine, ich habe immer gehört... Du findest das schon heraus. Du findest das schon heraus. Ich bin sicher, dass du es herausfinden kannst. Aber meine Wahrheit ist... Es ist wie dieses Headset, die mich kontrollieren, die in Palma sind. Unglaublich. Es gibt so viele Fragen, die ich zu fragen wollte, Harper. Er ist schade, dass sie getötet wurde. Der Spiegeljockey hat die Farbe von Harper zurück in die Stadt. Und nicht vergessen, auch Petra. Ich muss versuchen, die beiden sagen. Das ist ein tolles Plan. Ich hoffe, sie sind nicht zu weit von deinem aktuellen Ort. Sie müssen die Harper zurücknehmen, wo sie die Redstone-Mind-Control-Schippen auf Lukas und Petra. Das ist woher ich zu gehen. Okay. Okay. Sand ansehen. But, I can still craft with it. Okay. Ugh, I don't like sand. Stuff gets everywhere. Huh, clay. Unfortunately, I can't get it without a pickaxe, so it's pretty much useless. Okay, with the zombie I don't want to talk about it. What do I need to do now? There. A tower to see. Okay, I've got everything I need to craft new stairs. Is that so? Huh, let's see what I can craft. Okay, also eine Treppe bauen. Aus rotem Sand muss es nicht erst noch gebrannt werden. Okay. Und nun? Ah, okay. Ging schon entfernen. Sweet. Enough of these. And I can build my way up there. And make sure that everyone else can get back down too. These should do the trick. Sorry to craft the room, but I'm afraid I need to be going. Treppen habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ach so, okay. Drohnen-Sequenz-Fielder. Drohnen-Sequenz-Fielder. I'm attracting even more attention. Is that you, Jesse? Uh-oh. Hello, Jesse? Pama? Pama? No. Just what do you think you are doing, Jesse? This is a rather silly thing to do. Don't you think? Surrounded. Once my creator is being useful, all their knowledge will be mine. Yay! Let Harper and Petra go, Pama! But, Jesse, I am so happy to have them. I cannot allow your disruptive behavior to continue. Let go! We're all a bunch of happy mobs, right? Let go! My summer team will soon isolate your location, and you will be removed. Uh. Ah. I'm a skeleton now. Oof. Poor old zombie me. Uh, Jesse, what are you doing? Technology is so awesome. And you look so awesome while using it, I assure you. Stimmt, wenn man Virtual Reality Spiele spielt, dann sieht es auch ein bisschen blöd aus. Drone sequencing re-initiated. Traced subroutine re-initiated. Oh, sorry buddy, but better you use it. My creator, I am so glad you are here. Oh, Harper. Harper? Harper? Please, you are my creator. E-R-Panorni, please join me so we may maximize usefulness. Nothing doing, Palma. I built you to help people, not use them. Just stop this. kommt das schaffen wir ok jetzt kann man bestimmt so ein zombie von oben sein Harper doesn't have much time and neither do I. Game over, Jessie. Resistance is not useful. Trace Subroutine, brother. Throne sequencing active. Over? I'm just getting started. Oh no, time to move. Scheiße, ich hab's verkackt. Du wurdest nützlich gemacht. Das Schlimmste, was einem passieren kann, wird nützlich gemacht. Oh man, ich bin so oft gestorben in dieser Folge. So, jetzt da hinten war einer. Wo ist man rein, wo ist man rein, da ist einer. Niemand wird hier gechippt. Niemand wird gechippt heute. Nicht wenn ich etwas zu tun habe. Hast du sie gefunden? Ich bin sicher, dass sie dich erinnert hat. Trace Subroutine ist weg. Das ist nicht Wait a minute. Jesse? You've figured out how to use my transmigrational headset. Hm. Und. sehr gut mir nach ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ok ok jetzt kann mich wohl nicht mehr weg was gut begin, termination sequence oh jesse, bist du okay? kein Zeitpunkt es sei auch es ist, du sprachst du mit Harper und Palma? ja, Palma hat mich vermisst nicht gut So, was war jetzt mit Harper? Palmer glaubt an uns. Harper wouldn't put her trust in us unless she knew what we were capable of. Harper showed me the entrance to Palma's core and told me that we need something called the Redstone Heart. Redstone Heart? Oh, whoa. That just brought back a flash. Those red lights I mentioned before, they... There are three of them. Redstone Spires. And I think... I think they have something to do with the heart. That's all I got. Sorry. No, that's perfect. Thank you. But how are we supposed to destroy these Spires? Or whatever we're looking for? With water, man. I don't know if you've noticed, Ivor, but Palma's stuff tends to not react well to water. Können wir nicht eine Infinite Water Source machen? Geist in der Maschine. Ghost in the Shell. Jawohl. Come on. Quick hide! Gut versteckt, Jessie. Where is the entrance to this Palma core? Anyway! On the other side of all these mobs. so many of them you guys have anything useful tnt packen these are my last two potions from home i held on to them after our sky city adventure a potion of swiftness and a potion of leaping these might come in handy what do we have a cake where did you even get these i found them in one of those worlds back there nice unfortunately i don't know how helpful they're going to be redstone dust always comes in handy i can use this button to activate the redstone dust but what can i connect it to there would be everything with that tnt some redstone dust and a button all i have to do is lay down the trail of this tnt use the redstone dust to fuse stick a button to the end push it and boom that all sounds great but what about the super zombies how are you going to lay down the tnt without them attacking you oh man springen oder rennen ich nehme schnelligkeit i want to be fast really really fast give me the potion of swiftness fine with this i'll be able to run super fast and lay down all the tnt and redstone before palma even knows what happened don't worry jesse will be right behind you potion do your stuff ok bewegt sie von alleine ok er macht alles von alleine das ist schon mal gut ok 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 Ja, The Button und X wahrscheinlich, oder? My friends have almost finished building our new exit portal, and then I will make all other worlds useful. Yay! Yay! You cannot defeat me. Your defiance is not useful. Mmm. Oh, I think Palma might be on to us. It might have been the trail of explosions. Ooh, nice. The townspeople are already building the exit portal. We've got to shut down Palma, before it can send its chip forces through it. I will find you, Jeffy. I have lots of friends. Los, jetzt beeilt euch. Uh oh. No. Lucas, Ivor, give me your buckets. Okay, jetzt dürfen wir's nicht verkacken. Drei Türme. Drei Eimer Wasser. Drei Türme. Drei Eimer Wasser. Drei Eimer someone! Drei Eimer, Justina. Be分's eyesori. Aber ich werde sagen, dass ich mich überraschend bin, wie schnell du hast. Meine Gefahren sind... signifikant. Ihre Resistenz zu mir ist... illogisch. Ja, war ein Stückchen. Ich bin hier, um dich zu verabschieden. Dein Wettbewerb ist eine beeinflusste Qualität. Ich freue mich auf den Aspekt von deinem Persönlichkeit, als wenn du dich verabschiedet hast, aus einer einfachen Curiosität, wie genau du planst du mich zu deactivieren? Jetzt, dass du verstehst, dass dein Mission ist eine Fülle, du kannst es auch gerne mit mir. Das ist für mich zu wissen und mich zu wissen. Aha! Aha! Ich bin sicher, dass dein Plan ist Fülle. Wir sehen uns über das. Ich habe keine Zeit für das. Jetzt komm schon! Jetzt komm schon! What now? Okay, der ist schon mal down. Okay, jetzt komm! Hau den einmal Wasser drauf! Wo sie ist? Wo sie ist denn? So! Ich bin jetzt aber sicherlich! Ich kann nicht sagen, ich mir fragen, dass du mir suntierst. Wir schauen uns über das. Oh, Mann. Ich werde es nicht auf der Haldecke. Ich werde mich auf das Fluglust gefühlen. Das ist nicht vor mir. Die Atme nicht! Ich werde dich zu verabschiedst. Ich werde mich auf Angelegen. Ich werde dich eher zu GLS. Und du sie kannst. Der ist nicht verabschiedst, Aber im Grund. Okay, down she goes. Down. Fjack. Und. Oh. Oh, oh. Okay. So, der letzte Turm. Jetzt verliert er bestimmt wieder einmal hin. Down. Down. I can't use my last water bucket on Harper. There's still one tower left. This is getting sad. Los, hüpf hoch. Jetzt los. Boah. Alter. Wieso man das denn schaffen? Aaaaaah. Mh, Palmer ist fast das Stück. Don't worry, Harper. Mama is nearly finished. Good. Jesse, behind you. Out. Teams detected. Reveration protocol initiated. What's happening? We shorted out the processing tower. Mama was going to Redstone Heart to save itself. Get to the Redstone Heart and rip it out before it's too late. Oh, Scheiß. Wieder Quicktime Event. Oh, Scheiß. Oh, Petra. We've got company. I think this would be easy. Your friends are tough. Are you sure you can handle them? Why keep trying, Jesse? You will only fail, just as you failed to save Ruben. Just as you failed to leave your friends back home. Das ist eine geile Kameraeinstellung. You will fail to defeat me, and Axel, Olivia, and everyone on your home world will soon be made useful. Drawing it out like this will Kurt Palmer. Mama, but it might hurt your friend. You'll never make me useful, Mama. I can promise you that. You are fighting me with bad jokes? Well, not intentionally. Okay, Petra, let's see what you got. Careful, Jesse. I hope you know what you're doing. You cannot win. I honestly think you should sit down and think things over. No time to spare, I gotta get to that heart. Enough of this. Look out! No! Kick ist raus! No! 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 Jesse? You are being silly. Fight it, Petra. Ich brauche dich, um mich zu schützen Palma. Ab dich! okay das heute falsch scheiße man aber ich habe ja nicht für sich anklicken konnte und nicht noch mal die ganze fahrzeug man scheint doch aber ich hatte ja jetzt eben nichts wo ich hingehen konnte mit r2 ok wohin 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 hochklettern ok man ich dachte ich muss ja was anklicken guck mal diese sehr sehr gut gemachte szene noch mal das meine ich wirklich ernst ist echt gut gemacht ok also jetzt nach oben kletter jetzt kletter hoch kletter hoch du bist oben du bist oben ok du hast es du hast es jesse please stop please do not deactivate me i know i made some very poor decisions recently but i can show you so much i can help you get home to your friends oh scheiße man oh oh das war nicht gut scheiße ok also ich muss sie zerstören alter so oft gestorben in dieser folge nein du bist nicht mein freund nein du bist nicht mein freund sorry sorry i've got enough friends stop i no 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 trete sie let me help you let's get out of here yeah yeah Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Oh nein. Petra. Sie ist die? Sie haben die Beziehung. Bitte nicht sterben, Petra. Sie sind nie aus der Fall von nichts in deinem Leben, so kämpft! Wie geht es, dass ich nur eine Minute erstes resten? Sie ist okay. Au! Jesse. Ich versuchte dich zu töten. Kannst du mich immer verzeihen? Du warst nicht du selber, oder? Es gibt nichts zu verzeihen. Bitte jetzt mal. Hey, Entschuldigung ist nicht notwendig, okay? Das war Palma, nicht du. Entschuldigung, dass du dich umdrehen kannst. Es ist lustig. Ich erinnere mich, dass du dich umdrehen kannst. Vigones, nicht wahr? Es ist etwas anderes, nicht wahr? Was ist das? Das. Das ist das Redstone Heart. Schön. Und gefährlich, nicht wahr? Ich meine, wenn es in einem Palma, dann muss es gut sein sein. Ja, das ist natürlich gefährlich. Was? Was? Die schneller, die besser. Wie ist das? Wenn wir nach dem Porto Hallway gehen, dann zeigen wir dir genau wie. Ich bin bereit, das das Korb hinterlassen. Das ganze Stadt wird wagen. Wir sollten da sein. Wir sollten da sein, um zu sagen. Plus, dieses Ort gibt mir die Krippe. Und Eivor dreht sich um einen Einbruch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich muss sagen, es fühlt sich wirklich gut zu sein, dass ich wieder einmal bin. Ich weiß nicht, dass du nur ein paar Jahre alt bist. Ich weiß nicht, dass du nur ein paar Jahre alt bist. Die resten der Stadt, die Leute? Es wird ein viel größer Schock für sie. Ja. Es muss ein strange Gefühl sein, zu plötzlich sein, wunderschön und wunderschön, nach so einem lange Zeit unter Palma's thrall. Das ist du. Du bist derjenige uns. Wer bist du? Du kämpfst so schnell. Alle. Ich bin Jesse, und wir sind die Ordner der Stöhne. Boom! Wir gehen die Welt, nachdenken und nachdenken. Wow! Well, danke. Wir verdienen dir alles. Du bist richtig. Jesse und die Ordner sind wirklich heros. Wir können nichts davon haben ohne sie. Harper? Ist das du? Um, ja. Hi, Harry. Oh, wow. Er ist der Real Harry. Wie aus dem Lab. Du hast nicht das mit uns gemacht, hast du? Du hast... Ich meine... Hey! Es ist kompliziert. Du musst es verstehen. Du musst es verstehen. Du musst es verstehen. Harper hat die Palma, auch. Wir können es nicht ohne sie tun. So, was? Wir müssen sie jetzt aufhören? Nein. Ich glaube nicht so. Harper stripped das Ort bare. Wie müssen wir uns zu verbessern? Wie müssen wir uns zu verbessern? Wir müssen wir uns zu lösen? Wir müssen uns zu verbessern? Wir müssen uns zu verbessern und vergessen, was passiert? Was auch immer du machen kannst, Harper wird es richtig machen und helfen dir zu verbessern. Ich werde es? Ja, sie werde es? Ja, richtig? Ja, richtig? Ja, ich werde es. Nachdem ich diese Reiseer zu finden, ich komme zurück, helfen Sie alle zu finden, und wir werden das Welt wiedersehen. Das war ja ein sehr früseliger Abschied jetzt von den Leuten. Nicht? Ich bin sicher, dass sie hier kommen werden. Ich hoffe so. Guten Glück, alle. Ja, wir brauchen es. Nur noch etwas mehr zu tun. Tschüss! Das geht doch auch wieder irgendwas schief. Tschüss! 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 Jetzt kann ja nur wieder ein Cliffhanger kommen, für den nächsten Schlau Nase. Ja, Petra. Ich auch. Wir sind wieder hin. Ich kann nie mehr mehr da kommen. Das ist zurück. Schon wieder zu sein. Aber wir gehen sind wieder. Das ist wahr. Sie sind ziemlich w ⁜ Eich. Ich habe es lieb, zu spüren und zu lernen, aber es wäre schön, das in unserer eigenen Welt für ein paar Zeit zu machen. Wenn wir dieses Ort gebaut haben, haben wir auch etwas, das wie ein Kompass, eine Kompass, eine Kompass, eine Kompass, eine Kompass, eine Kompass. Wir haben es den Atlas genannt. Es hilft, die Lüten zu schrauben. Und du hast diesen Atlas, oder? Nein, nein, ich habe nicht. Aber ich weiß, wer es macht. Also, warte, du kannst uns nicht nach Hause kommen? Das wäre zu einfach, um wahr zu sein. Zu schön, um wahr zu sein. Das ist ein Gefahr. In order to find the Atlas, we need to track down the rest of the old builders. Still don't like that name. How do we find them? Which portal do we go through? Oh, you don't have to go through another portal. What you're looking for has been right here the whole time. And there you go. All it's waiting for is the key. That's the heart. No, what's going on now? The answers you're seeking, the old builders' Atlas, your way home, they're all right up those stairs. I don't believe so. Adventure? Das war's. Okay, das lesen wir uns gleich durch. Offline-Modus. Das war also Season 1, Folge 7. Ja, das lesen wir uns halt gleich durch. Ich muss halt gleich eigentlich auch fertig sein. Auf jeden Fall eine gute, gute Folge. Muss ich auf jeden Fall sagen. Episode 7. Zugang vorbei gehört. Du und 86,3% der Spieler haben sich mit Petra vertragen. Okay. Du und 50,8% der Spieler waren paar Mal gegenüber nicht kooperativ. Okay. Du und 30,1% der Spieler haben Lucas entschipped. Okay. Du und 47,7% der Spieler haben den Drang der Schnelligkeit benutzt. Du und 75% der Spieler haben Harper verteidigt. Okay. Ja, also wie gesagt, die Folge war echt gut. Waren jetzt auch wieder knapp anderthalb Stunden. Und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in der letzten Folge letztendlich dann weitergeht. Ich sag jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne irgendwie einen Daumen oder irgendwas da. Abonniert den Kanal kostenlos. Aktiviert die Glocke und wenn ihr halt nichts verpasst. Ich sag nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.